Die Niederlage gegen Grashoppers, das ist okay, oder? Nein, heute nicht. Das ist nicht okay. Heute kann ich sagen, wir haben sicher mitgespielt, mitgekämpft. Nach dem 1-1 waren wir wieder voll dabei und sehr motiviert. Der GZ hat gar nicht souverän heute spielen können. Und leider muss ich sagen, heute – und ich übertreibe nicht – der Schiri hat sicher unsere Leistungen ein wenig kaputt gemacht. Ich sage nicht, er hat den Match entschieden, aber für mich ist es skandalös, das war die zweite gelbe Karte, vor allem auch die erste. Leider hat mich wieder mitgetroffen, aber Schiri hat sicher etwas entschieden heute. Beide Karten waren nicht einverstanden, die ersten auch nicht? Wenn wir sehen, geht es, was sie auch reklamiert haben. Ben Khalifa Schwalbe, viermal ohne gelbe. Drei Sekunden vor meiner gelbe Karte ist Toco, der taktisch Fall macht gegen mich. Dienstag, zweimal Elbogen im Gesicht und niemand hat gesehen. Und dann mache ich FH im Mittelfeld und kassiere den zweiten gelben. Ich kann schon verstehen, dass die Superliga ein wenig favorisiert ist, aber so extrem wie heute macht mich weh. Was ist dir durch den Kopf gegangen, als er die zweite gelbe rausnimmt? Ja, ich bin leer, ich weiss ja nicht. Also die Wunderachtigkeit, das macht sicher weh. Und vor allem für den FC Königs, die seit 9 Uhr am Morgen arbeiten. Ich weiss nicht, wie viele Leute für uns da waren. Und da haben sie das gleiche schöne Goal gesehen, die Leistung der Mannschaft gesehen. Aber dass der Schiedrich so eine Entscheidung trifft, haben die Leute sicher nicht verdient. Du hast es gerade angesprochen, dein Goal, ein unglaubliches Goal. Hast du schon mal so ein schönes Goal geschossen in deiner Karriere? Also ich glaube, es kann sein, dass es meine schönste ist. Aber die Leute, die mich kennen, weiss auch, dass es für mich eine wenige wert hat. Momentan. Weil für mich zählt nur, was die Mannschaft macht. Und heute haben wir 4-1 Unverdienst verloren. Wir haben es sicher nicht gewonnen, aber ich glaube, 4-1 ist viel, viel übertrieben. Und heute habe ich nichts zu jubeln. Wie hast du deine Szene gesehen beim Goal? Ja, Burki macht den Fehl am Dienstag. Und ich überlege eben keine Sekunde. Ich vertraue meinen Volets und probiere die Szene zu gehen. Das war sicher ein sehr schöner Moment. Und 5 Minuten später war der ganz traurige Moment. Das heisst, leider war mein Jubel kurz. Das war das Party für mich. Aber die Enttäuschung ist viel grösser als der Zufrieden von meinen Goal.